Sehr geehrter Herr Generaldirektor, danke für die Einladung. Willkommen von Inside Politics. Wir attraktieren vor allem in der Social Media auch die Technologie-Bilanzung mit der Suche. Sie haben ja heute auch schon beachtliche Bilanz gesprochen. Was können Sie unseren Gästen und Zuschauern mitgeben, die wie gesagt aus dem Bereich Technologie, Entwicklung und Forschung kommen? Ich glaube wir müssen die Chancen und Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet nutzen. Wir müssen diese Herausforderungen annehmen. Ich habe heute schon einmal gesagt, die Digitalisierung ist auch Teil einer nachhaltigen Unternehmenspolitik, einer nachhaltigen Unternehmensführung und Wirtschaftsführung. Nur wenn wir die Mittel, die uns da zur Verfügung stehen, sinnvoll einsetzen, werden wir weiterhin für die Entwicklung der steirischen Wirtschaft sehr positiv beitragen können. Wenn ich jetzt schon das Thema Social Media anspreche, wie entwickelt sich bei Ihnen, Sie sind ja schon in einigen Bereichen sehr rührig tätig. Was sind da die Absichten, Pläne, auch Erwartungen für die nächsten Jahre? Also wir beobachten diese Social Media Szene sehr genau. Wir sind aber da, so darf ich sagen, auch gewisserweise vorsichtig, weil wir wissen, wie Social Media auch eingesetzt werden können. Wir wollen verantwortungsvoll mit Social Media umgehen. Wir wollen nicht in ein paar Jahren dann mit ähnlichen Dingen es zu tun haben, die heute große Konzerne sich stellen müssen, sondern wir setzen Social Media sehr verantwortungsvoll ein, um mit unseren Kunden in Kontakt, in Dialog zu treten. Herr Generaldirektor, dann sage ich recht herzlich Danke. Danke. Und wir freuen uns auf das nächste Treffen. Danke. Ich freue mich auch. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. 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 Vielen Dank.